ja deswegen hab ich da ja gesagt ja ja was dann moin moin ach mensch, wir tragen wieder Kutter Lass mich zum dienstminütige Einteilung kommen? ja ja, checkt wie sie dann mit das Zeichen zu bekommen Streife 2 verstanden nach dem Ende ja, machen wir ist schon Zeit ja klar ok, alles klar was ist jetzt hier mit dir und Cortis? habt ihr das irgendwie regeln können? ja, ich ja, wie soll ich das jetzt wegen Kai meine ich jetzt nicht, dass er jetzt äh, ist die von der Firma Darth vielleicht? zufällig? ne ne ok dann geh ich nicht ja enteilt ja nicht ach, gut, ok ja alles klar ich glaub schon ja boah, alter bin ich heute fertig, ey und was ist das jetzt hier? äh ich weiß es auch nicht ich weiß es auch nicht ist alles gerade echt sehr kompliziert, man sehr kompliziert, dass er wieder eine Kutte trägt weiß ich nicht was daran kompliziert ist ja das hat mich so entschieden und weil Kai hat Screenshots gezeigt und Bilder und was er geschrieben hat zur Polizei und da steht was anderes drin ne das was du erzählt hast dann bin ich wohl der Lügner, ne das will ich jetzt hier nicht hinstellen das hast du damit gemacht ne, also du sagst hier gerade das was ich gesagt habe stimmt nicht ja ja, hatten sie das auch einfach falsch in der Hände? halt dein Maul oder ich knall dich ab letzte Warnung, ich schwör's dir halt die Fresse Hoffmann ich red mit ihm nicht mit dir erst das was du gesagt hast mein Freund du weißt ich stehe immer hinter dir, man das merke ich gerade und auch heute wieder nur Bullshit von ihm du lässt hier alles durchgehen was die Leute machen und was die Leute hier sagen alles und da habe ich ein riesen Problem mit weil ich ungerne, unglaublich ungerne meine Zeit mit solchen Arschlöchern wie dem hier verbringe ich versteh dich echt voll und ganz dass das alles so scheiße rüberkommt von keinem ja, das wichtigste was man in der Gruppe haben sollte ist Loyalität das ist Fakt, ja das habe ich ihnen auch gesagt und aktuell sehe ich auch von dir keine Null du setzt deine Leute hier so jemandem vor mach dir mal Gedanken drüber Logan bis dahin bin ich weg machen wir und Hoffmann reißt dein Maul nochmal auf das ist ja 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 fatoen hum hum